Ich lerne Deutsch. Qualitativ Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Wort qualitativ wird verwendet, um beschreibende, nichtnumerische und oft subjektive Aspekte darzustellen. Das Wort qualitativ wird verwendet, um beschreibende, nichtnumerische und oft subjektive Aspekte darzustellen. Unsere Studie verwendet qualitative Methoden zur Datenerhebung. Unsere Studie verwendet qualitative Methoden zur Datenerhebung. Unsere Studie verwendet qualitative Methoden zur Datenerhebung. Betont, dass die Studie auf nichtnumerische Daten wie Interviews und Beobachtungen setzt. Qualitative Forschung untersucht die Erfahrungen und Meinungen der Teilnehmer. Qualitative Forschung untersucht die Erfahrungen und Meinungen der Teilnehmer. Betont, dass diese Art von Forschung darauf abzielt, tiefere Einblicke in individuelle Perspektiven zu gewinnen. Unsere qualitative Analyse zeigt, dass die Kunden mit dem Service unzufrieden waren. Unsere qualitative Analyse zeigt, dass die Kunden mit dem Service unzufrieden waren. Betont, dass durch beschreibende Daten ermittelt wurde, dass die Kundenmeinungen negativ sind. In der Umfrage wurden qualitative Fragen gestellt, um detaillierte Antworten zu erhalten. Betont, dass die Umfrage offene Fragen enthielt, die detaillierte und beschreibende Antworten ermöglichten. Ein qualitatives Ziel für dieses Jahr ist die Verbesserung der Kundenzufriedenheit. Betont, dass das Ziel die positive Veränderung der Qualität der Kundenerlebnisse ist. Dies ist nicht direkt messbar. Die Bewertung des Projekts basiert auf qualitativen Kriterien wie Kreativität und Nutzerfreundlichkeit. Die Bewertung des Projekts basiert auf qualitativen Kriterien wie Kreativität und Nutzerfreundlichkeit. Betont, dass die Bewertung auf subjektiven und beschreibenden Faktoren basiert. Wir haben qualitative Daten verwendet, um die Bedürfnisse der Zielgruppe zu verstehen. Wir haben qualitative Daten verwendet, um die Bedürfnisse der Zielgruppe zu verstehen. Betont, dass beschreibende Daten genutzt wurden, um tiefere Einblicke in die Wünsche und Erwartungen der Zielgruppe zu bekommen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und du kannst den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.